Andrea Glauser, nach 4 Siege zuletzt für die SL Tigers gibt es heute wieder eine Niederlage in diesem Spitzenspiel. Es war ein sehr emotionales Spiel aus meiner Sicht und allzu viel könnt ihr euch nicht vorwerfen. Warum hat man trotzdem heute keinen Punkt geholt? Ja, ich glaube ich habe sehr gut gespielt, den ganzen Match, 60 Minuten lang. Wieso ist man verloren? Ja, ich habe 2-3 Dummige oben bekommen, die noch nicht hätten passieren sollen. Und wir nehmen viel zu viel Strafe, die uns Kraft gekostet hat. Und das nötige Wettkampfglück ist heute mit 3 Stangenschuss sicher auch nicht auf eurer Seite, aber irgendwie hat das Spiel schon fast Play-Off-Charakter gehabt. Kann man das so sagen? Ja, ich glaube eben, für uns ist jedes Spiel wichtig. Wir geben jedem Spiel Vollgas. Und ja, wir nehmen jedem Spiel ernst und dann sieht es so aus. Ich glaube, es ist auf beiden Seiten immer nicht viel gegeben und nicht viel bekommen. Aber ja, ich habe sicher eine gute Leistung gemacht. Aber ja, ich habe eine dumme Go bekommen. Herr Glauser, besten Dank. Merci.